Wir machen jetzt gerade unsere Cala Cargo schön, weil morgen ist großer Ausliefertag. Da müssen wir den Käse zu unseren Kunden bringen. Wenn du mit dem Auto fährst in der Großstadt, ist es einfach immer Stress, alle hupen und es dauert alles so lange, dann findest du keinen Parkplatz. Unsere Tour hat so 25 bis 35 Kilometer, die wir machen. Und ja, entspannt. Du fährst rum, bist in der frischen Luft, du bewegst dich, hast nie Stau und kannst direkt bis zum Kunden fahren. Wien ist halt erstmal eine Stadt, wo halt leider schon recht früh sehr stark aufs Automobil gesetzt wurde und deswegen ist halt eine Autofahrerstadt. Ich denke auch, dass irgendwann der Verkehr, dass dann breitere Radwege geben wird oder sogar Straßen irgendwie extra für Cargo-Trailers gemacht werden, weil das einfach die Zukunft ist. Ja. 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 Ja.